Ja, hier wird Essen serviert, aber keine Liebe. Eilmeldung! Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die in Bikini Bottom Amok laufen, tatsächlich aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau da, wo du stehst. Plankton, Inhaber des Abfalleimers und insbesondere bekannt für den Bau von Robotern, deren einziger Zweck es ist, Chaos und Zerstörung zu bewirken, hat jegliche Verstrickungen dementiert. Und dann werde ich auf euren Kindern herumtrampeln! Und dann auf den Kindern eurer Kinder! Das waren die Eilmeldungen aus Bikini Bottom! Es war der Neufzlust! Ach, es gab die Prost. Das ist das auch ein, was wir in der Verzüge. Viel brauchen die Kornik in die Verzüge. Das ist so gärts. Das war's, was wir noch in der Verzüge. Wir werden wunderschön. Wir sind also bei einer Verzüge. Über die Verzüge. Ein Überzüge. Oh! Entschuldigung! Zieht euch den Typen an! Mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass Spongebob man tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter-Spongebob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter Eidem, oder? Ja, ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatutron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboter-Kopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie amok. Ich, äh, ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Ach! Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren! Es funktioniert bestens! Sie gehorchen mir! Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß! Das war das letzte Mal, dass du meinen Plan in die Quere kommst. Spongebob, darf ich vorstellen? Spongebob! Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen, Patrick, Shandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Gib's ihm, Spongebob! Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Das ist das Ticket! Und der Roboter ist am Boden! Oh, ich kann nicht hinsehen! Okay, vielleicht ein bisschen. Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket! Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket! Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket! Und der Roboter ist am Boden! Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Gibt's ihm, Spongebob! Ich komme! Klasse Aktion von Spongebob! Das Match ist so gut wie beendet! Oh, die Menschlichkeit! Oder soll ich lieber Fischlichkeit sagen? Oh, ich kann nicht hinsehen! Okay, vielleicht ein bisschen. Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket! Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Sieht so aus, als hätte Spongebob hier eine Gelegenheit. Gibt's ihm, Spongebob! Nein! Ihr Töpel hat meine wunderschöne Braut zerstört! Wir wollten doch nächste Woche heiraten! Sagte er heiraten? Ich repariere dich, Baby! Oh, ich schrumpfe! Nein, Patrick. Ich glaube, der Roboter wird größer! Er ist größer! Spongebob, er ist in deinen Kopf geflogen! Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine in den Kopf meiner Roboter-Version. Der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich! Roboter Plankton, hier komme ich! Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Spongebob an Einsatzleitung, es kann losgehen! Ouch! Ouch! Ach! Das war's für heute. Spongebob, eine Einsatzleitung. Es kann losgehen. Oh, wie funkehend. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Outsch! Alle Niner! Bebrüch meinen kleinen Bladenfreund! Bebrüch meinen Bladenfreund! Bebrüch! Spannende Bladenfreund! Spannende Bladenfreund! Spannende Bladenfreund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spongebob, du hast es geschafft! Was denn? Was? Oh, ah. Tja. All meine Pläne! Ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt. Du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini-Bottom. Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm. Oh, oh. Ich vernichte dich. Du vernichtest mich. Ich vernichte dich. Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja? Ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule. Du übergroße Kaffeemühle. Ach ja? Dir zeig ich's. Tja, Plankton. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, oh. Das hab ich gewiss. Nächstes Mal mach ich das richtig. Autsch! Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich. Ich. Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini-Bottom immer noch von Roboter verwüstet wird? Stimmt, Sammy. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungformann und Blaubar-Schwube geben nie auf. Also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini-Bottom wieder sicher ist. Roll, 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 roll den Schwamm. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll. Roll, 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 roll.